ja herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von mycraft ja mir hört mich mal wieder ja die codierung ist mal wieder überlastet natürlich klaro ich hoffe man hört mich einfach jetzt gut vielleicht ein bisschen leise auch aber mycraft macht das jetzt nicht so der unterschied ok da kann jetzt nicht hin das heißt ich muss hier einfach mal runter laufen ja jetzt einfach mal hier wissen runterlaufen so dann haben wir mal schön verladen ein bisschen brot 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 essen so ja da sind wir doch schon wieder so das ist jetzt hier das ding genau da haben wir wieder unsere dach auf jeden fall jetzt also 39 reicht auf jeden fall uns nicht das ist schon mal klar ja wir richten auch hier noch unser haus dann auch noch richtig ein aber wir müssen auf jeden fall machen wir die 60 voll knochenmehl nehmen wir auch noch mit dann habe ich ja eigentlich glas ne ja war nicht mehr glas ok brot haben wir hier noch das nehmen wir gerne mit kartoffeln immer auch noch mit wohl kommen lassen wir die kartoffeln dann haben wir mal ein bisschen was hier auch noch zum übrig ja gut die bilden die kann man auf ihn kann man mitnehmen repariere ich einfach dann mal noch so ich würde sagen dann müssen wir wieder unser sand holen da wir aber keine schaufel haben gehen wir jetzt erstmal wieder zurück und unser sand zu sagen brennen und dann haben wir wieder schönen viel glas da holz brauchen wir jetzt erstmal nicht ja ich hoffe ihr genießt die schönen warmen tage natürlich auch so wie ich es genießen werde ja warum habe ich jetzt wieder diesen mikrofon ja weil dem anderen mikrofon da gehört ihr mich wirklich nur auf der linken seite das habt ihr wahrscheinlich größer ist denn gemerkt hier dann muss ich denn hier repariert haben wir jetzt ja das habt ihr einfach gemerkt dass ich da gar nicht das ist hier gar nicht ich weiß nicht was ich gerade reden soll ich rede einfach nur gerade so ein scheiß zusammen ja die äxte brauche ich jetzt erstmal nicht ich brauche eine schaufel ich brauche die schaufel ich brauche die schaufel dann haben wir wieder 62 pfeile genau warum ich das hier genommen habe dem podcaster wieder hört mich zwar ein bisschen leiser aber das war dann halt für auf beiden seiten auf dem ohr nicht auf einer linken seite nur das war nämlich das von dem gestrigen müsste er euch aufgefallen sein eigentlich bei assassin creed syndicate war das jetzt holen wir uns einfach mal wieder ein bisschen sand ja wir haben noch ausreichend machen wir uns hier ein bisschen sand frei so jetzt haben wir 74 pfeil das dürfte uns noch mal wieder reichen ja ihr merkt ja ich tut es dann einfach in meinem schneidprogramm einfach ein bisschen höher stellen wieder die vielleicht hört man mich jetzt auf will aber im microsoft ist es kein problem eigentlich da dürfte man meine stimme eigentlich gut hören so 16 davon so die erde die sonne ist untergegangen dann würde ich sagen gehen wir mal runter schlafen 16 davon schlafen 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 so karolische okay gut dann machen wir hier einfach mal 12 rein so 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 10 rein wie viel haben wir denn jetzt haben schon 22 ja das reicht uns auch noch nicht jetzt sagen wir machen einfach noch mal ein bisschen weiter mit dem sand da hinten haben wir auf jeden fall noch ja wir bauen unsere vierte oder fünfte etage ich glaube vierte etage ist es dann das machen wir auf jeden fall noch fertig so kann man hier mal schön reingehen wenn man noch ein bisschen schön sand übrig dann lassen wir mal noch zur sicherheit dann müssen wir wieder kohle uns holen aber das ist ja kein problem gehen können wir einfach in die hülle gehen und ist gut ist schauen wir mal wie weit wir da schon sind jetzt mit dem braten unser das ist schon alles fertig sehr schön wie sagen eine da rein alles da rein alles da schön rein okay wir haben jetzt 74 da schauen wir mal was wir jetzt hier machen können wie weit das uns jetzt reicht ist klar wir müssen ja doch noch ziemlich viel machen als wand und wir lassen mit der kodierung da sein soll immer wenn ich ein video oder game auf macht dann geht es ist die belastete kodierung aber gut das ist mir eigentlich schon uns egal hauptsache das spiel funktioniert und das die aufnahme klappt da ist mir die kodierung eigentlich nicht mehr nicht so wichtig wenn ihr da tipp zeigt wie man die verändern kann dann ist okay du kannst nur nachts schlafen ja ich weiß ich kann nur nachts schlafen nachts schlafen nachts das wäre eigentlich noch praktisch wenn wir hier ja gut nee das lassen wir mal hier ein vorbau gemacht gut man kann natürlich die jetzt hier weg machen noch die 3 1 1 1 2 3 4 5 6 18 18 wir brauchen hier noch ja das dürfte dann ja gut das können wir dann noch machen wenn wir noch fertig genügend haben wir können immer noch den holzboden da hinten noch wissen aufwerten indem wir dann halt ein aufmachen noch mal oder auch hier man kann doch mal so rückwärts gehen wir jetzt erst mal hier so 20 haben wir noch dann passt es doch können wir das noch rein machen machen wir es noch genau haben einfach eine schöne sicht hier in den sicht fällt dahin so die achse brauchen wir dafür eine achse ist besser machen wir das hier noch fertig jetzt Nein, jetzt reicht das nicht mehr aus, scheiße, ah, wenn das kaputt ist, ja gut, dann haben wir halt hier mal noch ein Loch, das macht aber nichts, das passt, so, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier an den Dach noch mal dran, dass wir das hier mal noch ins Ende bauen können, so, dann tun wir den hier noch wegbauen, ah, da geht nicht, ich kann hier nicht weiter, ok, das heißt, das muss weg, das muss auch weg, passt perfekt, so, perfekt, da ist unser Dach schon mal von der Seite schon mal gedeckt, sehr schön, perfekt, das kann man auch nachts jetzt noch machen hier, eigentlich hätte jetzt gereicht und die Lücke wäre geschlossen, aber, ja, schau mal, wir sind schon ziemlich hoch hier, sehr schön, muss man sagen, ja, das ist so unser Haus, da ist die Sonne, die geht gleich wieder runter, ja, sieht auch schon mal sehr schön aus, sehr schön hoch, ah, ist ja gut, so, nee, das würde ich nicht machen, warte mal, so, jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier, dass ich das hier auch schaffe, jawohl, dann, perfekt, so, die nächste Block hier, oh, Mann, Alter, geht's noch? so, perfekt, so, jetzt haben wir es auch gleich geschafft, der von der Kanzlerin nicht mehr so schnell, elscheidend sehr, der von der Kanzlerin nicht mehr, perfekt dann gehen wir doch mal hier runter schaufel mal weg das machen wir auch mal weg dann nehmen wir noch die fackeln hier rein kann man gar nicht einsetzen okay noch mal einfach hier ein bisschen licht ja das müssen wir haben noch ein bisschen ausschmücken dann gehen wir doch erst mal eine runde schlafen so ja wir sind da hier schon schon sieht doch sehr schön aus hier haben auch schön weitblech in die richtung ich würde sagen ja es sind ja auch schon ein paar haben wir schon 23 min aufgenommen ich würde sagen ich mache heute auch mal ein bisschen kürzere folge einfach mal so jo da spawnt da hinten wie krass ist das denn bitte unsere zwei der spinnt der wohl rum oder das sind unsere zwei boden plötzlich sieht das sehr schön aus nice nice ab dem zeitpunkt hat man eigentlich schon fast komplett in glas außer wir machen das hier am ende noch hier können wir mal dann glas benutzen bis zu dem zeitpunkt dahin machen wir immer noch die wand in diesem stein hier machen wir einfach hier weiter erstmal mach das jetzt hier nochmal ein bisschen höher damit man hier ein bisschen die wand hat kann auch niemand einfach reingehen und reinkommen die schutzwand einfach nochmal aber ich würde sagen wir machen hier einfach das glas hin bis hier hin machen wir das glas damit wir auch ein bisschen weichsicht haben jo das sieht auch schon mal sehr schön aus ich meine wie viel stockwerk haben wir denn jetzt eigentlich das glasen hier So, nehmen wir noch mal kurz hier rein, so, gut, jetzt nehmen wir erstmal was, hat uns nichts gebracht, okay, da hat uns nichts getroppt, okay, gut, jo, ich mache es ein bisschen lauter jetzt, hoffentlich wird man jetzt ein bisschen besser, also der Hintergrund macht aber nichts, so, jetzt müssen wir erstmal hier schauen, dass wir gar nichts hier hängen haben, nee, wir haben hier niemanden, da ist unser Urwald, ja, ich würde sagen, sieht doch schon mal sehr nicey, nicey aus, unser Haus, man kann es jetzt nicht von außen erkennen, wie viele Stockwerke, aber ich glaube, von der Seite her kann man es sehr gut erkennen, oder auch nicht, ja, 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 ähm, warte mal, ich muss gerade schauen, hochzuschauen, da fehlt da noch irgendwas, da ist doch noch eine Lücke, ja, da ist, ja, gut, da oben ist eh noch eine Lücke, aber hier sind noch zwei Dinger, die fehlen, ja, die haben wir gar nicht gemacht, oder war das Absicht, nee, das war doch keine Absicht, hm, ja, dann muss ich wirklich nochmal nachschauen, ich habe hier noch ein paar Minuten, dann haben wir noch, ja, 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 ähm, nein, das ist es hier nicht, ah, jetzt, come on, ah, ist das hier gewesen, Ah, hier ist auch eine Lücke frei, das heißt, hier ist eine Lücke frei, die müssen wir auch noch schließen, ah, okay, nee, das ist von außen irgendwie, dann muss ich das von außen sehen, also hier ist auf jeden Fall die Lücke frei, das weiß ich, ähm, die muss ich auf jeden Fall schließen, Ja, das sind ja nicht so viele, das sind, glaube ich, das ist die vierte Stockwerke gewesen, Ja, das ist von außen, von außen fehlt da was, seht ihr, da die Lücke, da oben ist eh die Lücke frei, aber hier, im dritten Stockwerk, würde ich mal sagen, da fehlt uns was, Ja, da fehlt was, da fehlen zwei Glasdinger, gut, haben wir das auch erklärt, dann machen wir das beim nächsten Mal, ich würde sagen, machen wir hier den Schluss, hier unten, Sonne geht auch dann auch da weiter, bald unter wieder, Ja, wenn ihr euch vorgefällt, und auch diesen Mikrofon eher, könnt ihr gerne mal in die Kommentare noch schreiben, welchen Mikrofon ihr gerne haben wollt, ob ihr mein, auf einem Ohr mich hören wollt, wollt und, um mich besser noch zu verstehen müssen, Um, dann sehen wir hier nicht nur mal, ähm, beim Schneiden hier, ähm, die von 100% auf 150, also 50 mehr noch, damit man mich besser verstehen kann, oder ob ihr mich einfach mit diesem Mikrofon besser, ähm, ja, das besser gefällt euch, im Ohr halt, Könnt ihr gerne mal kommentieren, ähm, selber zu sagen, und, Ja, wenn ihr euch gefällt, dann lasst den Daumen da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, und alles weitere findet ihr in der Videobeschreibung, oder in der Videobox, unten in der, unter dem Video, und dann sehen wir uns morgen wieder, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.